Hallo, hier ist euer Dutzi Dutzi und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute zeige ich euch wie ihr bei Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition die Frames, also das 60 FPS Cap im Prinzip entfernen könnt und die FPS Glitches die dann dadurch entstehen, weil ihr zu viel FPS dann habt, zu fixen so, und dafür gehe ich zuerst hier auf Dokumente gehen wir zuerst mal dann auf My Games, dann auf Skyrim Special Edition, dann auf Skyrim.ini so, da habe ich auch schon hier ein bisschen was vorbereitet und dann da wo Display steht, dann müsst ihr das hier einfügen V-Log Frame Rate gleich Null und oh man und dann ganz nach unten gute Havoc einfügen und dann ähm müsst ihr gucken, wie viel Hertz euer Monitor hat also ich habe es auf jeden Fall so gemacht und es hat ohne Probleme funktioniert und also ich habe jetzt 144 Hertz, ich zeige euch auch mal grad wie ihr das sehen könnt rechts klickt auf dem Desktop Anzeigeeinstellungen erweiterte Anzeigeeinstellungen und dann Adapteeinstellungen für Bildschirm 1 Anzeigen dann auf Monitor und da kann man das auch schon sehen hier 144 oder wenn ihr auf Nvidia Systemsteuerung geht dann hier auf Auflösung und da könnt ihr das schon sehen hier die Aktualisierungsrate und da ich 145 habe das habe ich extra schon daneben geschrieben füge ich das hier ein so und das habe ich ja hier schon drin und wenn ihr das gemacht habt auf jeden Fall nicht vergessen auf Datei oben links und auf Speichern dann könnt ihr das nämlich schließen und dann gehen wir in den Spieleordner das habe ich nämlich auch herausgefunden was es so gut funktioniert so und dann auf Commanders das kennen wir ja und dann auf Skywim Special Edition und dann hier auf diesen Launcher hier also Skywim SE rechtsklick drauf und auf Eigenschaften dann auf Kompatibilität und dann hier Vollbildoptimierung deaktivieren also so hat es auf jeden Fall bei mir super funktioniert ja genau und das habe ich gemacht und dann habe ich auf Übernehmen gedrückt so gut und das haben wir jetzt gemacht und jetzt können wir mal das Spiel starten würde ich sagen wow 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 ich mache die Bildschirmaufnahmen mal aus so mal kurz das schwarze Bildschirm jetzt könnt ihr oben links schon sehen 128 128 äh 138 139 das war ähm wo ich äh diese Vollbildoptimierung noch aktiviert hatte da war das am Anfang 60 gewesen und dann habe ich das mimimiert und bin nochmal rein und dann hat es das hier auf einmal angezeigt also da dachte ich mir da stimmt doch irgendwas nicht aber gut dann drücke ich mal hier auf Fortfahren damit ihr auch sehen könnt dass es auch stabil läuft schaut euch diese alten Steine an was nicht wundern weil die weil der FPS Wert so gering ist aber normal würde es ansonsten hier schon überall FPS Clitches sein wenn es nicht funktionieren würde aber das sieht doch alles ganz gut aus jetzt also das das läuft sehr stabil so gut okay dann würde ich sagen dann verabschiede ich mich so langsam und ich wünsche euch wirklich viel Spaß beim Zocken und ich sage dann auch nur noch machs gut das ist ja auch schon mal gut ich sage dann auch immer gut Vielen Dank.